Kuss geht raus. Alright Jungs, ähm, Freunde, wir checken mal wieder ein Hyperball-Video aus. Es ist mal wieder soweit, juhu, juhu. Ähm, und zwar ist heute Frag Einen Dicken. Ich weiß, super witzig, hätt auch ich sein können, oder? Haha, warum fragst du dich einfach nicht selber? Wirklich Quality-Gags, Jungs. Wirklich richtig nice, danke. Alright, schauen wir mal, ich bin sehr gespannt. Also, frag Einen Dicken, Can über Binge-Eating, Body-Shaving und Sex mit 180 Kilogramm. Das sind genau die Themen, die mich interessieren. Hallo John. Hallo. John ist ein cooler Name. Liane in der Hose fragt, warst du schon immer dick? Hahaha. Jürgen, ich schwöre, das Beste an diesen Hyperball-Videos sind einfach diese Namen, Alter. Liane in der Hose einfach. Hahaha. Nein, also, das fing erst an im Alter von sechs oder sieben Jahren, als sich meine Eltern haben scheiden lassen. Oh. Und ich habe sehr unter dieser Scheidung gelitten. Oh, fuck, du. Und ich habe meinen Trost, meinen Halt, äh, ja, im Essen gesucht. Ah, shit. Das macht mich glücklich, Essen ist immer da, Essen ist immer griff. Ey, Real Rap-Essen macht auch einfach glücklich, Essen ist es auch einfach. Bereit. Und, ja, so kam es dann zu. Ich schwöre, gutes Essen ist einfach geil. Stetig zugenommen habe. Oh, Lauter? Sorry. Zum Beispiel, äh, im Alter von zehn Jahren schon 70 Kilo wog. Das war mir erst mal gar nicht so bewusst, aber als ich dann mal, da erinnere ich mich an eine ganz bestimmte Situation, mit meiner älteren Schwester am Burger King saß, habe ich einen dicken Jungen ausgelacht. Meiner Meinung nach war er ziemlich, ziemlich dick. Meine Schwester meinte dann zu mir, was lachst du ihn aus? Du bist sogar noch... Was lachst du ihn aus, du Peach? Er ist mit Nackenschädter gegeben. ...noch viel dicker als er. Das hat mich mega geschockt. Und da wurde mir auch wirklich erst so bewusst, wie dick ich eigentlich bin. Arvid will wissen, wie viel isst du so am Tag? Es ist wirklich so, dass ich manchmal an bestimmten Tagen bestimmt meine 6.000 Kalorien oder mehr esse. Das ist aber nicht immer der Fall. Okay, krass. Und wie viel sind 6.000 Kalorien? Er soll doch einfach weniger essen. Zu smart, bro. Hat man, wenn man... Ah ja, doch, ja, ne. Wenn man... Also, warte mal, ist jetzt vielleicht eine dumme Frage. Ja, ist eine ziemlich dumme Frage, glaube ich. Aber wenn man dick ist, hat man dann auch mehr Hunger, ja, oder? Weil sich der Magen vergrößert, oder? Ist doch so, oder? Gut, gucken wir weiter. Wie muss man sich das vorstellen? Das muss man sich so vorstellen, als würde man sich jetzt, ähm, ja, elf Big Macs reinpfeifen, muss man ehrlich sein. Aber ohne... Wichtig ist, ohne Salat und ohne alles. Es darf nur Brot und Fleisch sein. Keine Soße, kein Salat, nichts. Nur Fleisch und Brot. 6.000 Kalorien. Dann kann man auch 12 machen. Wenn ich diese Fressanfälle habe, diese Binge-Itimanefälle... Hey, die Scheiße. Erst elf... Warte mal, warte mal. Das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Er hat gesagt, dass er so viel isst, wie elf Big Macs quasi sind. Holy shit. Bruder, Alter, ich esse einen davon und bin satt für vier Stunden. Stoffe ich alles in mich hinein. Und, äh, ja, bin da wirklich wie in einem Wahn. Binge-Eating ist so eine Art Gelager. Und das ist einfach, äh, so, dass man einen Kontrollverlust erleidet. In kürzester Zeit, äh, stopft man eine Menge Nahrung in sich hinein. Ohne das wirklich zu schmecken. Man taucht ab, wie mechanisch. Man nimmt auch Zeit vom Leben. Man betäubt sich regelrecht. Das ist kein Genuss mehr. Das ist Selbstbestrafung. Weil man mit Ängsten, Sorgen, Problemen nicht zurechtkommt. Oh shit. Und das ist dann diese Art Kompensation, um irgendwie die Gefühle zu ertragen. Aber bist du nicht irgendwann satt? Dieses, äh, Gefühl der Fälle. Bro, Real Rap, ich glaube, er würde richtig gut aussehen. Würde er ein bisschen halt abnehmen und shit. Ich glaube, er hat, also, so nur Homo an der Stelle, aber er hat einen guten Style, so, I don't know, sieht alles sehr stimmig aus. Er hat, glaube ich, ein hübsches Gesicht. Man will es sogar spüren. Als würde man sich bestrafen. Das musste kurz raus. Und man ignoriert es auch einfach. Aroui möchte gerne wissen, hast du eine diagnostizierte Essstörung? Nein, die habe ich nicht. Aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, an eine Form des Binge-Eatings zu leiden. Glitzerfee fragt sich, was isst du alles bei einer Fressattacke? Da kommt es vor, dass es dann zwei Pizzen sind. Dazu dann noch drei, vier Burger. Holy shit. Ein, zwei Tafeln Schokolade. Alter. Das ist an manchen Tagen wirklich drin. Bro. Und, ja, das ist auch kein Genuss mehr. Tani S. würde gerne wissen, was ist dein Lieblingsessen? Also, okay, jetzt verkack nicht, Bro. Wenn ich das jetzt beantworten würde, wären wir morgen noch hier stehen. Also, da wird eine Menge von Lieblingsgerichtung geraten. Ich werde, ich lasse es lieber sein. Tamara fragt sich, was war dein Maximalgewicht? Oh, krass. Sim fragt, hast du mal überlegt, dir psychologische Hilfe zu suchen? Damals wäre das nicht für mich gewesen. Ich habe mich geschämt, schon allein aus Schamwächter nicht hingegangen. Und ich wollte es immer aus eigener Kraft schaffen. Ist oft so, ne? Auch so bei Leuten, die so Depressionen haben und so. Aber das ist voll dumm eigentlich. Also, was ist jetzt voll dumm? Aber das ist halt, dafür muss man sich ja nicht schämen. Aber es wird mir immer bewusster. Dieser Schritt ist bis jetzt noch nicht geschehen. Da bin ich auch ganz ehrlich und mache mir selbst nichts vor. Aber jemand, der Ahnung hat von dieser Materie und als Außenstehender dir da hilft, das ist Gold wert. Und dann daran zu arbeiten und diesen Schritt zu gehen, das möchte ich auf jeden Fall tun. Unterstützen dich deine Eltern dabei? Also, meine Mutter, die hat ein Herz aus Gold. Die ist die verständnisvollste Frau, die ich kenne. Und sie tut dann mit ihrer Art so gut. Ich habe ihre vollste Unterstützung und das bedeutet mir so, so viel. Le Quappo interessiert. Kannst du deine Füße noch sehen? Bro. Ja. Und ich kann aber verstehen, warum du diese Frage stellst. Wahrscheinlich hast du einen Fußfettig. Kann das sein? Ups. Also, wenn du Bilder von meinen Füßen haben möchtest, ich kann dir gerne welche schicken. Aber nur gegen Entlohnung, ne? Ehrenmann, Alter. Hops-Nebo auf anderem Niveau. Junger Mann. Kannst du deinen Penis noch sehen? Ja, aber nur, weil er über 20 Zentimeter ist. Nein! Bier Ernst fragt sich. Bruder. Ich schwöre Ehrenmann. Ich feiere ihn. Wie viel Geld gibst du im Monat für Essen aus? Ich habe Lieferservice in meiner Gegend reich gemacht. Also, die haben ausgesorgt, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. 200 bis 300 Euro, würde ich sagen. Lollo würde gerne wissen, wurdest du in der Schule gemobbt? Ja, der ein oder andere Spruch, der kommt immer mal unter Jugendlichen. What the fuck, Alter? Hört ihr es auch? Der ein oder andere Spruch, der kommt immer mal unter Jugendlichen. Dass man sich gegenseitig aufzieht. Holy shit. Aber gemobbt wurde ich nicht und ich bin auch froh, dies nicht erfahren zu haben, weil die Leute wissen gar nicht, was die einer Kindersäule oder Menschen damit antun. Denn das zerstört einen Menschen und das hat niemand verdient. Das sind wundervolle Menschen. Das sollen sie auch wissen, dass das wirklich wundervolle Menschen sind und dass nichts falsch an ihnen ist. Kersestulle fragt sich. Ja, wie ich halt meinte, natürlich ist es falsch, dafür jemanden zu mobben oder sowas. Das ist ja, denke ich, obvious. Aber das wissen halt Kinder mit 13 halt nicht. Kinder mit 13 sind einfach Spassies. Sorry, ich glaube, das ist ein politisch nicht korrektes Wort, was ich gerade verwendet habe. Es tut mir leid. Kinder mit 13 sind einfach Idioten, alright? Also Real Raps, das sind einfach Knechte halt, wie ich schon mehrmals gesagt habe. Wie oft hast du schon versucht abzunehmen? Also ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft. Auch oft erfolgreich. Ah, mit 14, jawohl. Da habe ich mal 30 Kilo abgenommen, dann habe ich mal 70 Kilo abgenommen. Okay, krass. Dann habe ich nochmal 40 Kilo abgenommen, nochmal 60. Aber 70 ist aber schon krass. Immer dieses Auf und Ab. Aber dann auch immer die Zunahmen und die ganzen Jojo-Effekte. Nicht nur dieses Binge-Eating, sondern auch diese ganzen Jojo-Effekte haben mich so dick gemacht. Reicher Keg interessiert. Fühlst du dich in deinem Körper wohl? Jeder Gang ist eine Qual. Oh, kann ich mir vorstellen, Alter. Zeitlupe. Man schwitzt und das ist ein Gefängnis, dieser Körper. Lieber Koks als dick. Okay, chill. Bro, WTF. Man kann sich mit diesem Gewicht nicht wohlfühlen. Auch mit 20, 30 Kilo weniger kann man sich nicht wohlfühlen. Fühlst du dich sexy? Sexy im Inneren. Aber was sexy sein sollte, ist der Charakter. Bruder, Real Rap, das ist doch genau das, was ich meinte. Er ist übel attraktiv. Safe. Wäre ich eine Frau oder beziehungsweise würde ich auf Männer stehen, er ist sehr lustig, Bro. Er ist übel sympathisch. Safe. Ich würde übel gerne mit ihm chillen. Einen Menschen sexy machen, Leute. Guck mal, er ist inzwischen richtig selbstbewusst, richtig sympathisch, macht gute Jokes. Bro, er ist ein guter Typ. Feierig. Tim Kneller fragt, hattest du schon mal Depression wegen deines Gewichts? Oh, fuck. Ich hatte auch wirklich starke Depression. Eine Depersonalisation. Hatte ich auch. Das ist eine Entfremdung meines eigenen Ichs und meiner Umwelt gegenüber. Mir kam alles fremd vor. Mein gelebtes Leben bis dato, meine Familie, ich selbst kam mir fremd vor. Ich habe alles hinterfragt, meine Vitalfunktion. Die Sinnfrage kam auf und es hat mich so runtergezogen. Es war wirklich eine sehr, sehr schreckliche Zeit. Alter, wenn Psyche reinsnitscht, Bruder. Die ich so nicht noch mal erleben möchte. Null Fischer fragt dich, welchen Beruf übst du aus? Also ich bin arbeitssuchend und das hat natürlich mit meiner Gesamtsituation zu tun. Damals habe ich mich versteckt. Ich hätte gar nicht an Arbeit gedacht mit starkem Übergewicht, mit den Depressionen. Aber mittlerweile bin ich arbeitssuchend und möchte was im sozialen Bereich machen. Nice. Ich habe den Hauptschulabschluss. Das hat damit zu tun, weil ich mich ja immer geschämt habe, die Schule geschwänzt habe. Oh. Bro, es zieht so viel mit sich, dude. Holy shit. Alles von meinem Gewicht abhängig gemacht habe, mich nicht konzentriert habe, nur weil ich dick war und nur damit beschäftigt war. Ich habe mir so viel verbaut in diesem Leben. Bitte, Leute, macht nichts in eurem Leben von eurem Gewicht abhängig. Eric's Annie fragt, hast du eine Freundin? Ich bin Single, ich habe keine Freundin. Ah, Bruder, spätestens nach dem Video, Digga. Die Jensei-DM sind voll danach. Wünscht man sich eine Partnerschaft, weil das auch etwas ist, was einen da rausholen kann, wenn man eine schöne, eine schöne, tolle Zeit hat und Ablenkung einen Menschen hat, der dich bedingungslos liebt, unterstützt, mit dir was unternimmt, das kann sehr heilend wirken. Hast du Schwierigkeiten, eine Partnerin zu finden mit dem Gewicht? Nach der Trennung von meiner Ex-Freundin, wir waren drei Jahre zusammen, habe ich mich zurückgezogen, habe es nicht drauf angelegt. Und ja, habe mich hinter mein Übergewicht versteckt. Aber was will man denn machen? Sich hinter sein Übergewicht verstecken? Macht es das besser? Sich in Embryonalstellung begeben und sagen, mich will keine Nein. Als ich aus mir rausgegangen bin, positiv wurde, selbstbewusster, das auch ausgestrahlt habe. Ja, auf jeden, auf jeden, das ist genau das, was ich meine. Und abgefärbt ist, habe ich gemerkt, dass die Resonanz doch positiver war, als ich dachte. Ja, auf jeden, auf jeden. Klar, wir Menschen sind von Rot auf oberflächlich. Digga, du kannst aussehen wie so ein Mülleimer. Ja, es ist scheißegal. Aber das ist auch... Also er sieht nicht aus wie ein Mülleimer, aber ihr wisst, wie ich meine. Frauen gibt, die einen empathischen, selbstbewussten, treuen, netten Mann schätzen. Auf jeden. Unabhängig von dieser Hülle, die eh vergänglich ist. Kann man mit dem Gewicht überhaupt noch Sex haben? Sexuellen Geschwung, würde ich sagen. Das geht. Da sind auch alle Stellungen drin. Aber klar, der Bau stört hier und da mal, aber es geht dennoch. Nur die Frau, die sollte Spagat können. Je nachdem, bei dem Umfang, es geht schon auf die Weine. Kannst du auch oben liegen? Ja, das kann ich. Und es mag auch Frauen geben, die stehen drauf. Warum auch immer. Noah Jackson fragt dich, möchtest du dich ändern oder hast du innerlich schon aufgegeben? Aufgeben ist keine Option. Aufgeben ist sowas. Wir waren gerade vorhin in dem lustigen Talk und Noah Jackson hittet hier wieder die übelst diepe Fragerei. Was ist das denn jetzt? Wir sterben. Solange ich lebe. Fucking Noah, Alter. Werde ich mich nicht aufgeben. Das sollte auch niemand anderes tun. Ich werde immer daran glauben, das zu ändern und auch alles dafür tun. Weil aufgeben sollte sich niemand und nicht immer Ziele setzen. Auf jeden. Und das kann ich euch noch raten, Leute. Glaubst du, du schaffst es, dauerhaft abzunehmen? Ich glaube fest daran. Safe, Bruder. Safe. Ich auch. Bro. Ich weiß, ich sag's jedes Mal. Aber wo kriegen die diese sympathischen Leute her? Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert. Vor allem, es ist auch wieder bei diesem Video so, Frag einen Dicken hätte ich mir lange nicht so nice vorgestellt. Also das war so ein Video, da dachte ich so, ich meine, wir gucken jedes Hyperboar-Video so. Ihr wisst, ne? Ich hätte es mir auch reingezogen, wäre es gewesen, Frag einen, Postboten oder so. Obwohl das wahrscheinlich sogar ziemlich geil wäre. Das will ich haben. Hyperboar, wir brauchen Frag einen Postboten. Naja, aber auf jeden Fall. Also, wenn man so was wie Frag eine Domina, hört sich übel interessant an. Da weiß man, okay, ist ein Banger-Video so. Aber bei Frag einen Dicken denkt man so, I don't know, ich weiß, ich bin, was ich interessant finde. Aber es war übel nice. Sehr enjoyed. Guter Channel, abonniert den Jungs. No joke, ich habe ihn nicht abonniert. Warte mal, habe ich ihn auf dem Main-Channel abonniert? Sonst wäre das jetzt richtig unangenehm. Aha! Habe ich abonniert, seht ihr? Ja man, sehr gutes Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schaut die anderen Videos auf diesem Channel. Arschgebe Nummer. Peace. Bis zum nächsten Mal.